Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS19 auf der Hofbergbahn. Einen wunderschönen guten Tag wünsche euch. So, wie ihr seht ist hier Unkraut gewachsen, da müssen wir uns gleich eine Striegel holen oder kaufen. Ja, aber zuerst müssen wir die zwei Geräte entleeren. Und zwar zuerst den hier. Ja, brauchen wir eigentlich. Und dann müssen wir noch eben den Brecher abdanken und dann können wir uns einen Striegel holen. Jo, so, dann wird als nächstes ein neues Projekt starten. Ja, auf einer coolen Map, das seht ihr am Montag oder Dienstag wird die erste Folge erscheinen. Welche Map und worum es geht, das seht ihr ja in der Folge, da möchte ich noch nichts vorspoilern. Ja. 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 Ne. So, dann müssen wir ein Rückwärts rein. So, dann müssen wir ein Rückwärts rein. So, dann müssen wir ein Rückwärts sein. So, dann können wir das noch ein bisschen mehr zurücknehmen. So, dann können wir den Flau-Buch stellen. Ja. Und dann kümmern wir uns den Kollegen. Da muss man eben ein bisschen an die Fliege holen, da wird es um 7000 Euro kosten, ich werde rausgehen und dann müssen wir endlich ein Wasser kaufen. Okay, das ist ein bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen, ich werde es nicht mehr so machen, ich werde es nicht mehr so machen. und dann das ist ein bisschen und dann ist das ein bisschen und dann ist das ein bisschen Dann schauen wir mal aus wegen an Striebe und zwei Den hab ich mir vorgestellt, weil er am günstigsten ist Komm holen wir uns den einfach Zack, zack Dann setzen wir zurück, dann wollen wir nicht fahren Zurücksetzen, ja, ja, zack, zack Und dann holen wir uns den schönen Und ja Warte kurz So, dann müssen wir kurz noch was anderes machen So, jetzt kommt der Verkehr Ah, hier steht Ah ja, ein Gewicht wollten wir uns ja noch holen So, da haben wir eines Ah, die sind alle so komisch Ne, ne, da holen wir uns schön ein eigenes Wie sieht die ganze Sachen Wie sieht die ganze Sachen Mein eigenes PV Hier Ja, genau das Tack, tack Wir müssen ihn auch noch kurz zurücksetzen Müssen wir ihn auch noch kurz zurücksetzen Das haben wir gerüstet für den nächsten Ah Spielschuh Sooo Dann Jetzt los ans Wir müssen die ganze Stadt Direkt Jetzt zu streichen Herr Klaus Hälfte Einsteigen Alles Siegler � Sprecher 1,2 Sprecher 1,2 Sprecher 3 Sprecher Lad 1,1 Sprecher 1,2 1,2 1,2 1,2 2,2 2,1 Ah, da war ich stehen gelassen. So now... Heel... 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 So, was war noch mal Klee? Okay. Ich muss mich nicht mehr als nächstes Spiel gehen. Soja. 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 Du sollst nicht nur abhören. Oh mein Gott. Heute ist wieder Körsblick gut angestammeln. Okay, we'll have all the corn down next to the Shaman. Äh, hallo? Ich sage jetzt nicht, damit das funktioniert. Ich sage jetzt nicht, damit das Ganze ins Auto geht. Ich sage jetzt, wenn ich das Auto geht. Jetzt bin ich wieder vorbeigetippt, hier sind wir stehen geblieben und dann ich schalte den Angler um, dann sehe ich mich mit anderen Modeln, da gibt es die Probleme mit unserem Community Server in LS, wir haben nicht gebraucht wie viel, da muss ich gleich mal schauen, was ich brauche. So, dann die Frächer abdanken und dann ist eh die Folge wieder vorbei, so schnell gibt die Zeit. Abdanken. So meine Lieben, wenn ihr so gefahren habt, das Like nicht vergessen, schaut zu mir die gesündigen Folge vorbei, haut rein und bis zu mich mal, tschüss. So.